Ich finde es hat auch ein bisschen gefehlt so einfach mal ein bisschen plump rumballern kann Alter ey das geht ganz schön ab hier Meine Güte Ah Respawn Ja richtig Piñata Ja Oh die sind cool hier mit den Bomben Oh Gott Oh Hinter dir war einer ja The Scream of Kamikaze Ey echt witzig Oder am durchdrehen So höre ich mich immer an wenn ich wenn einer sagt ich soll rein vegan sein Genau Love your Marmot Alter Du musst aber auch gut sein ne Neeee Heheheh 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 It is written in scripture that God turns all things to good Although personally I prefer things which are good to me So Kenny you should have gone for an eye joke Always good with Gnar I see you I bet you didn't see that coming But Wenn man zu lange sucht looten die wieder ne Kann das sein Was? Äh äh ich meine die spawnen dann wieder ne Wenn man zu lange wartet Weil wir haben ja eigentlich schon alle bekämpft gehabt Dann habe ich nach Energie und Munition gesucht und auf einmal kommen sie wieder Oh ne ich glaube das ist normal Das war einfach die zweite Welle einfach Oh ok Sehr gut Oh oh Boah dann habe ich Glück gehabt Oh der Vampir ist auch wieder da Jaaa Da Jaaa Es Bruce Jotty 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 Aber man darf nicht zu nahe rangehen, ne? Dann kommen die da mit ihrem komischen Geist oder so. Ja, genau. Ja, das kommt wieder an, ne? Ja, das kommt wieder an, ne? Werbung! 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 Diese Läufe ist echt noch mit am besten. Ja, finde ich auch. Das ist richtig schön Dampf. Oh Gott, es kommen jetzt ziemlich viele. Einer ist direkt neben mir gespawnt. Alter, ja. Ich habe eben gedacht, wir schaffen das gut, aber... Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn ziemlich schnell wieder neu. Es waren aber auch viele. Echt. Oh, wir schaffen es. Oh. Oh, super. Wow. Der hat uns noch gefehlt. Oh. Ei. Jetzt spielen wir die Musik, die mir gefällt. Ich will nicht mehr, wenn ich es nehme. Musik passt ja auch ganz gut. Wie kann man denn die Fallschirm? beschädigen da kommen immer fallschirme runter ich dachte eben das werden so teile für unser gegner ganz gut im griff das ist das ding hat ja das ding hat ja irgendwie unendlich munition das hat mich zerlegt sagte schon das wäre nicht alles gewesen die musik und wie die angelaufen kommen hat er ja mit dem bus also sie mit dem bus extremly flemmel wenn mein bus mal morgens so fahren würde bist du wieder so leise geworden sitzt du weiter weg vom muckbus ne ich bin genau dran kann auch sein dass die mucke einfach zu hat bei mir die ja auch untergestellt die italien prime minister's personal ufologist in 2052 now most people say it was the illuminati but i'm pretty sure it was the cia your tax money at work paranoid who told you that ladies and gentlemen the express bus to anywhere but here is now departing want me to drive i don't trust your driving stone remember what happened in oslo hey that nun came out of nowhere you know it's funny it is my birthday damn i didn't get you a present step on it we got bonies on our tail ezekiel went to the valley of bones and the lord said to him can these bones live and ezekiel said oh lord they will obey your commands and that's how you do it thank you for rescuing me friends you're welcome father but we still need to get you into the vatican library all right team give me some options rome sealed tighter than a virgin's buttocks sorry padre wheels are out hellfire what about wings no way it's like the annual octanean raider convention up there troiland hellfire is correct unless vesuvius were to erupt enemy control of the airspace will remain absolute yes yes that's it but we'll use vesuvius just like in 2010 when they used harp to trigger that volcano in iceland and brought down all air traffic in europe to stop the illuminati from getting out of belgium ridiculous the harp is a high frequency active aurora research program it is not an earthquake machine now well that's what they want you to think nonsense i would know about such a device actually it is an earthquake machine and now he'll never shut up thanks we called it project rock and roll a powerful experimental weapon designed to provoke seismic activity it hasn't been used in years but i've got the access codes but sir the targeting system is down we need to manually place begins to realign the satellite then the team just one and all expenses paid trip to beautiful pompey it's crazy it's impossible i love it let's do it oh let's do it sam i need the team to place eight beacons i've uploaded the target locations to your nitrix okay guys all we need to do is take these doodads to their designated locations rodriguez you go north kenny west jones do the stadium i'll take care of the south and you know the drill last one back pays for drinks tonight yep on it moving out ah i'll be in the car hey hellfire what's it like being on the ground again kind of boring oh 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 alter die sind ja echt übel wie die die bomben halten ja 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 Wie bitte? Hier gibt es ne Menge zu sammeln Ah, du bist schwer so leise Ja, ich kann nix dafür Das war echt nervig, ne? Das Skype das so macht, ey Meine Tür ist verschnürt Hey, guess what I found Sehr gut Hier ist nix Die Tür ist verschnürt Die Tür ist verschnürt Die Tür ist verschnürt Untertitelung des ZDF, 2020